Tulya Baddha Konasana ist die gleichgewichtige Schmetterlingsstellung oder die gebundene Winkelhaltung im Gleichgewicht. Es gibt zwei Asanas, die so bezeichnet werden. Zum einen die anstrengendere zeigt Raffaela, du bist im gebundenen Winkel und hebst das Becken hoch und balancierst so auf den Fußkanten. In dem Fall hat sie noch die Schienbeine auf dem Boden. Es gibt noch die Möglichkeit, die Knie zu heben, insbesondere wenn du nicht so flexibel bist. Die zweite Möglichkeit wäre, jetzt siehst du es gerade, Becken ist gehoben, das ist Tulya Baddha Konasana in fortgeschrittener Form. Eine einfachere Stellung, die auch so genannt wird, ist, du sitzt und du fasst mit den Händen um die Füße und ziehst sie zu dir hin, während du die Knie nach unten drückst, ohne die Knie auf den Boden zu geben. Du balancierst jetzt einfach auf deinem Gesäß.